Die droppen diese Scheiss Key nochmal. Ich auch. Herr Schuhi wieder der Failer weißt du. Wenn ihr gesagt hättet ich solle bis zum Rift Post weiter machen, hätte ich's gemacht. Digga mach mal bis zum Rift Post weiter. Achja, wenn wir nicht drin sind, kein Loot. Noch ein Dings bekommen ey, hammergeil. Noch Leggy? Nein, noch ein Paragon ab. Oh, ich dachte schon. Ich bin auch gleich wieder ab. Ja, das klingt eigentlich voll fix, ja? Ja. Ja, du brauchst nicht ja sagen, du Arsch. Ja, ja doch, kann ich, aber das geht fix. Bei mir geht das fix. Ich hab angefangen mit Paragon 7 heute. Genau. Wow, das erste Mal, dass meine Wut leer ist, hammerhart. Besser Wut. Ja, zwei. Ja, zwei. Was willst du denn? Willst du denn? Ich brauch ne Waffe mit mehr Grundschaden, alter. Und dann noch die richtigen Stats drauf, aber ey, bis ich sowas droppe, ne? Oder nochmal diese Dingens. Hier diese... Stacken? Stacken die beiden passiven? Weißt du das, Alpen? Stacken. Wenn ich zwei Mal diese Giftnova hab? Also die Giftnova war für zwei Mal. Weiß ich nicht. Ich hab den Streik noch nie bekommen. Kann ich dir nicht sagen. Weißt du was fett wär? Thunder Fury. Ja, das wart ich auch, ja. War das denn? Kann ich meinen Monk endlich wieder equipen? Weil ey, Thunder Fury wär perfekt für mein Set. Oder Dingens Odins Sohn, glaub ich, heißt die Waffe. Ja, das hat ein Kumpel von mir letztens getrabt. Eins von den beiden. Thunder Fury Odins Sohn. Huen Sohn. Huen Sohn. Huen Sohn. Huen Sohn ist auch immer ein gutes Item. Ja. Kennt jeder. Hat jeder. Jeder hat so einen Huen Sohn. Jeder hat mal einen Huen Sohn. Jeder hat so einen Huen Sohn im Inventar. Will jeder. Will jeder. Genau, jeder will so einen Huen Sohn. Was war die geilste Beleidigung, die ich gehört hab? Aber der ist schon so alt, ne? Leih mir deine Mutter aus, dann geh ich als Hurensohn zu Karneval. Ja. Ihhh. Aber der ist schon irgendwie zum Board, ja? Jaja, der ist uralt schon. So einen dicken Bart wie du, Junge. Aber ich fand den so witzig, als ich den das erste Mal gehört hab. Ja. Ne, den besten Spruch für dich ist der von Musa. Wie groß bist du eigentlich? Der größte Hurensohn. Der größte Hurensohn, den ich gesehen habe. Ne, genau. Geil einfach nur. Den hat er aber auch geklappt vom Furkan. Von Kollegen von dem. Kann sein, aber ist mir Latte. Ihr macht das da. Ich box mich hier mit ein paar Kleinen. Hallo. Bist doch schon tot, oder? Kann noch nicht sein. Hey, der macht keinen damage hier. Der stellt man. Ja, da muss der Pyram wieder kommen, weißt? Und alles. Ach komm schon. Nein, hat er nicht gedacht. Nur vergesst seine Seele bei mir. Ja. Ja. Nur Bullshit. Egal, nächste. Ich glaub, wenn der Drop kommt, kriegt er den wieder. Ja, ja. Genau. Ich hab mir dann noch die Materie noch nicht eingeflossen hier. Ach, ey. Uuhu, 82, Alter. Geil, endlich, ey. Endlich. Wie weit bist du, Alpen? Dein Paragon? Was bin ich? Paragon bin ich jetzt bei 165. Nein, nein. Wie viele Balken? Ach so. Ich brauch noch dreieinhalb Balken. Ja, okay. Die Zauber auf Balken. Ey, das mit den Zaubern, dass du alles entzaubern kannst, ist geil. Ja. Ja, aber ich den zauber nicht. Ich brauch im Moment Geld, weißt du. Ah, ich heb die Heiltränke auf, du brauchst die ja nicht. Ich brauch dann natürlich, ich hab hier so einen legendären Trank. Ach fuck, ich muss die. Ich brauch keine Heiltränke. Ja, wenn man nur noch einen Riftkey braucht, dann macht der Alpenland, würde ich sagen, oder? Der hat ja seine Millionen Dinger da. Was? Ach fuck, ich muss meine trotzdem dabei haben. Jeder muss ja einen bezahlen, ganz vergessen. Ich hab sowieso 42 jetzt bei. Der Bunsen hier, der Bunsen Alpen wieder, weißt du? Ja. 100 hab ich noch auf der Bank. Komm, Alter, ich will all so einen fucking Key noch droppen, ey. Key? In China? In China? We call it Key. In China. Die innere Kraft. So, das eine mach ich noch mit. Ja, das eine machen wir jetzt noch, wenn der nicht droppt, haben wir Pech. Fertig. Dann seht das halt nicht. Dann seht das halt in der nächsten Aufnahme. Ist ja nicht so schlimm. Warte dann. Warte dann. Warte dann. Warte dann. Ja, halt den nächsten Port. Den 10er. Ach so. Weißt du, hätte Shui nicht gefailt, der Kacknung? Ich? Ich? Warum ist das jetzt meine Schuld? Aber wer hat denn Standbild? Ja. Ja, ihr beiden seid scheiße. Wir haben das Portal geschlossen. Ja. Ja. Wer hat das Standbild? Ich? Wir sind alle scheiße, ja. Wer hat das Standbild? Der hat das Standbild? Ja. 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 Dann hab ich angenommen und dann meinst du hier nicht annehmen. Digga, das ist doch logisch. Digga, das ist doch logisch, wenn der ein Standbild hat, das wir nicht annehmen. Dann hab ich doch gar nicht zugehört. Egal. Wir sind alles Kackboons. Aber vor allem der Alpen. Weil er ein Standbild gekriegt hat. Okay. Okay. Weißt du, wo mich das dran erinnert hat? An Varian. Okay. Ja. So geil. Der Spazzy. Ja, den haben wir live gesehen. Okay. Ja, Spazzy. Weißt du, wo mich das dran erinnert hat? Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin, ich mach gleich dann fett meine Promo von Dingens, von LOL erstmal. Verkackt die auch noch. Verschmerce ja schon wieder wegen Maak. Ist ja erst das 15. Mal oder so, dass ich diese starte? Das war wieder ne Verlust, meine ganzealle hicler ja zu sein. Ja, das kann ich gut, ne? Nee, bevor ich hier mit schlechte Laune sitze, alter, weißte, und dann bei euch einfach an- kröver. Okay. Weißt du, aus dem so völlig random, so irgendwie, ja, weg, auf einmal, weißt du, denkst du, was hast du denn jetzt gemacht, was ist jetzt passiert? Genau. Gibst du selber die Schuld, weißt du? Du bist am Verzweifeln den ganzen Tag, am nächsten so, hm, hm, lol, hm. So, jetzt bitte lass mich porten, Alter, du Mistgeburt, Vieh. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Boah, ich komm jetzt wahrscheinlich voll in die Party rein, das war klar. Yay, Party, wuhu. Der läuft direkt der Sack, komm her. Ist doch schon tot, ach, drop nur nicht mal ne Leggy, äh, Lappen, der. Gobo. Hä, go, wo sind Gobos? Ist kein Gobo, ich will Gobos. Don't call it Gobo. Ich will endlich so ein Gobo Key, äh, Gobo Rift. Don't call it Gobo. Halt das Maul. Das ist ein Gobo. Wo? Wahnsinn. Bissar. Da ist doch ein Schnitzel, die Lappen. Don't call it Gobo. Don't call it me. Don't call it me. Der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der. Ich pull' den high, lass. Ja, Dicka, du bist hier der, der schm Finn. Ey, ich schwör's nicht. Ey, wenn das im WoW genauso ist hier mit Pullen wie hier, äh, dann hau ich gleich auf den Sack. Ne, ich pull' da ein bisschen besser. Johannes, sag Ja. Da vor allem bin ich da der Tank, weißt du? Ja, aber trotzdem, ich muss dich heilen, Alter. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Scheiß auf Shui. Scheiß auf Shui? Der muss nur Damage machen. Easy. So ein bisschen. Kommt der schon wieder ein Pack? Haben die alle heute frei oder was? Irgendwie schon, ne? Sorry. Da steht Legende, weißt du, bei der Waffe, aber das ist... Leggy. Ring of Fire. Shui, weißt du was der braucht? Der braucht Crit Damage und Crit Rate. Oder mindestens eins von beiden. Der Ring? Jo. Schaden und hat Angriffsgeschwindigkeit, Crit, äh kritischer Trefferschaden und 200 Sekunden erhöht. Gut, dann musst du da Crit Rate draufkriegen. Ja, ja. Obwohl, hier ist ein Stern, warum ist hier ein Stern? Leggy. Ja, ein Stern auf der Karte ist ein Legend. Oh lol, scheiße, hier ist nur der Pierre. Ah, fuck. Schnell zu dir, Stefan. Hier ist nur der Pierre. Mets Maul. Er macht einen Knuckschaden, der kann mich beschützen. Mets Maul. Warte mal, ich lass mich mal die Arm schieben machen kurz. Boah, ich hoffe du stirbst. Oh lol. Ja, wir werden von allen Seiten hier beschossen. Oh lol. Hast du den Leggy jetzt grad gedrofft? Ja. Oh mein Gott, diese Feuerketten, ne? Diese Feuerketten. Die Feuerketten, oder? Da hast du mal die ganzen Scheißviecher hier. Hört auf mich zu beschießen. Digga, da unten ist noch was. Digga, hinten. Was im Kreis? What the fuck? So, darf ich jetzt mal ein bisschen meine Scheißarm schieben hier mal? Nein. Ja, die hüpfen hier überall raus, die Scheißpänner. Okay, die ist schlecht anscheinend. Auf Arm schieben auch Crit drauf, ne? Also ich glaube auf... Also ich glaube auf... Nein, habe ich 6% Crit. Jo. Ich glaube 6 ist sogar maximal. 6 ist max, ja. Nur auf Amulett kannst du glaube ich 9,5 oder so machen. 10. Oder 10, genau. Ich glaube auf meinem 10. Ich glaube auf meinem 10. Das ist auch das max. Das ist ein Gold noch. Ist hier nicht, Shui. Hör auf zu lügen. Okay, sorry. Oh, ey, diese Wichser, ne? Mit den Scheiß Blinky Bills da hier, die die immer scoren. So. Das Gold ist mir wert. Oh, oh, da sind Goblins, Digga. Wo, wo, wo? Bei mir. Da oben. Mach erst die Goblins. Scheiß auf dich. Da oben. Einziger Blitz? Jo. Komm schon. Ach, fickt euch. Was ist denn das für ne Raid, alter? Ja, wie langsam meine Axt geflogen ist, what the fuck. Ja, das war das Schild und das laute alle attacken. Mh. Aber geil. Der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der. So. Weißt du, was wir gebrauchen könnten? So ein EXP Plus? Boah, hier liegt ja noch voll der Stuff. Das kann sein, da bin ich glaube ich durchgegelt. Unten, hier nach unten ist es. Oh Mann, warte, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Yay, Premium. Ihr seht jetzt gerade, wie ich rumstehe. Warte, ich kann mich auch für euch drehen. Kein Ding, hier. Dreh ich mich ein bisschen für euch. So, wo geht's weiter? Ja, Alpen ist wieder am Arsch der Welt. Ja, hier unten ist das Neue. Geht's zum Neuen. Lol, das haben wir schon am Anfang entdeckt. Ja, aber einmal komplett die Map abklappern. Wir müssen ja eh Viecher killen, weißt du. Oho, Party. Hier kommt's the Pirate. Nix Pirate, Alter. Hi, Ren. Äh, ich muss mal kurz zurück, ich hab wieder alles voll. Jo. Ich glaube ich auch gleich. Warte, bleib noch kurz. Jo. Da ist gerade ein Pack. Oh, Gold, 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 Gold. Ja, jetzt bin ich voll. Mach mal den Box auf. Ja. Noch die Viecher killen, bevor die mich attacken und dann geh ich auch kurz back. So, weil vorher checken, ob irgendwas besser ist, ja. Ja, da brauch ich nur eben ganz kurz, ich achte eh nur auf Damage im Moment. Ja, dann verkauf ich auch kurz. Weil ich noch nicht voll bin. Aber bevor du dann voll bist. Ja, Bullshit, alles Bullshit. Oh, ich muss jetzt mal gleich kommen, ja. Äh, tatatatam. Zweihand, mehr Schaden. Warum? Ich kann als nächstes, glaube ich, mal endlich maximale Steine bei mir reinhauen. Ich habe im Moment, glaube ich, genug Kohle für das Umwandeln der Steine. So. Ich finde das Umwandeln von Steinen ist übelst teuer, ja. Mhm. Hat es ex... Für dich wahrscheinlich schon nicht mehr, ne? Du hast wahrscheinlich wieder... Cool ist, dass ich jetzt hier die Dings wandelte Gegenstände um und du kannst halt die Gelben vernichten, die Blauen, die Weißen, weil es alle auf einmal macht. Ist ziemlich cool. Ich bin bei 34. 200.000, Alter. Pro Ding, ganz imperialer Robin, warte. Das sind... 3, 6, 9 brauche ich. Boah, das sind zu viele, ne? Ja, du brauchst für jeden Stein brauchst du mindestens 3 von den letzten, dass du den nächsten machen kannst. 3, 6, 9, 12. Boah, da brauche ich für den letzten 12. Das sind... 24. Puh. Das ist da, ja. Realer Smaragd. Ja, muss ich... Ne, ich muss noch mehr Kohle fahren. Das passt nicht. Ich brauch 24 Steinchen. Also Anfangsstein... Ähm, Markise. Muss ich umwandeln und dann die und dann das. Ich versuch mal, ja. Ja, jo, mach. Kein Ding. Das ist mit Dingen mehr gut, den Gegner wegzumachen. Ich hab getötete Gegner gewährende Erfahrung. Wenn du auf das Fragezeichen klickst, ne? Was daneben ist. Mhm. Dann siehst du, was da rauskommen kann. Ja, ist leider nichts Gutes wieder. Mehr Erfahrung oder halt Gold. Dann nehme ich lieber Gold. Ich hätte Erfahrung, genau. Ja. Es ist halt bei jedem Step, wo es was anderes gibt. Was primär und sekundär. Genau. Deswegen solltest du vorher gucken, ob du überhaupt etwas Gutes bekommen kannst, oder? Komm wieder an. Jo. Boah. Ja, das ging ja schnell. Ich hab da alles getötet. Halt's Maul. Halt's Maul. Alter Fresse. Alter Fresse. Oh, da ist er schon. Nice. Och nö, ich hasse die. Der ist eh gleich weg. Der ist eh gleich weg, Mama. Ich mach ja nicht so viel Damage. Ja, bei mir nicht wirklich. Ich spiel davon nichts. Ja, bisschen Zorn aufbauen. Jo. Ja, Schlüsselstein der Prüfung. Ja. Dann kriegt jeder ja. Schmör. Wollen wir es einmal machen? Ja, wir auch. Oder musst du jetzt schon los? Dann machen wir das nächste Mal. Nervt schon die ganze Zeit. Ja, dann machen wir das nächste Mal. Kein Ding. Alles klar. Können wir heute Abend wieder machen. Ich weiß nicht, ob's du weitermachen musst. Können wir machen. Platz hab ich genau. Ja, können wir heute Abend. Alles klar. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Danke an Schuhi und an Alpen, dass ihr mitgemacht habt. Bis dahin, viel Spaß noch. Tschaui.